Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Königsmacherfreunde, zum MajestyGoldHD. So. Ja, immer noch, Wealth of Chrome. Wir kommen da irgendwie nicht weiter, bei 76 Tagen sind wir mittlerweile. Und mir ist wohl was eingefallen, was es doch fehlt. Mal sehen, ob wir einen schönen Platz dafür finden. Hm. Bauen wir es hier hin. Wir bauen jetzt eine Wizard-Gilde. Gucken wir mal, was wir mit der noch reißen können. Vor allem, wenn wir solche Zauber wie Cast Nighting haben. Und magische Enhancements für unsere Nahkämpfer und alles. So, das kostet zwar wieder ein bisschen Geld. Ich müsste mal versuchen, Wenn Mr. Eklig wieder auftaucht, ob ich ihn nicht wehnen kann. Fliegen in Terror. War ja klar. Und sie kommen wirklich alle möglichen Leute an Gerant, um ihre Waffen zu verstärken. Pestilenz und Decay. Da habe ich nicht aufgepasst, dass die Ratte da mir einen Haufen Geld geklaut hat. So. Und jetzt haben wir eine maximale Magier-Gilde. Jetzt frage ich mich auch nur, Ob die Magier-Gilde ist. Ich nehme den Weg, weniger verabschiedet. Auch was machen werden. So, Simon. Das ist die Magier-Gilde. Ich glaube, ich habe jetzt einen Haufen Geld aus meiner Magier-Gilde. Abgegriffen? Jetzt kann ich Lightning Storm casten. Äh, nein, ich will dich anklicken. Nicht da. So, ich kann dich nämlich heilen. So, jetzt heißt es Geld sammeln. Und mich ein bisschen mit Magetowern, ähm, zusätzlich schützen. Und mich kann man nicht verabschieden. Hotter, brighter! Und unwelcoming gas. So. Vielleicht noch einen. Mage Tower hier irgendwo hin. So, holen wir uns wieder mehr Geld. Es kostet 400, einen Tower zu aktivieren. Okay. Ah ja, Super Sarge erhöht die Reichweite. Kann ich jetzt auch Gebäude? Nee, ich kann keine Gebäude blitzdingsen. Das hat auf jeden Fall ein bisschen wehgetan. Super Sarge ist in Effekt, aber läuft gleich aus. So, Sivan. I serve with pleasure. Ah, hab das Skelett getötet. Okay, meine Magier haben scheinbar keine Lust mehr abzuleveln. Da lassen wir sie noch ein bisschen hier und da trainieren. Ja, mit Ratten wollen sie sich anlegen. Ach, da unten sind wieder Quormis unterwegs. Ich ruf mal den... Ich ruf mal den... ...Market Day aus. Genau, er legt sich mit dem Troll an. Auch endlich mal hat einer abgelabelt. So, am besten beschütze ich mich noch ein bisschen mehr mit Tauern. Ich ruf mal den... Ich ruf mal den... Oh, wer ist gestorben? Die da. Genau, du ziehst dich besser zurück. Ich hab nämlich keinen Bock, dich nochmal wieder zu benehmen. So, da geht mein Geld wieder flöten. So, da geht mein Geld wieder flöten. So, eigentlich müsste ich jetzt... anfangen Geld zu sammeln. Für meinen Großangriff. Ja. Ich lasse es Magier weiter auszubilden. Well, ein Hitters sind weg. So, speichern wir mal wieder neu. Geben wir jetzt Flaggen in Auftrag. Was haben wir eigentlich noch? Anti-Magic-Shield. Sovereign. Sovereign. A building has been upgraded. My mission has paid off. A threat. Wie geht das jetzt? Wie ist das? Was ist das? Wie geht's mit unserem João Potter? Ja. Aha! Wie ist montierbauch oder nischlose Quänner? Ich bin raus. Ich bin aus hier. So heavy in my mid Okay auf 10k So der kann von mir ist da oben ein bisschen ran sanieren ich will nur Ach kommt schon wo bleibt ihr This will be a quick minute I'm done for You won't get my Ounce stuffed I serve with pleasure I join the wild spirits In the name of the Sovereign At last In the name of the Sovereign Wo sind die Leute die ich brauche? Wann zieht der sich endlich zurück? Wo ist er überhaupt? Wann zieht der sich endlich zurück? Wo ist er überhaupt? Wo ist er überhaupt? Wo ist er? Wo ist er noch? Wo ist er noch?